Füchse Füchse wissen, dass man mit dem Bauspargeld von Schwäbisch Hall nicht nur ein Haus bauen, sondern auch renovieren und modernisieren kann. Dieser Bausparfuchs meint, Mein Dach deckt jetzt der Dachdecker die Kosten, Schwäbisch Hall und der Staat. Würde ich's anders machen, hätte ich ein Dachschaden. Lassen Sie sich mal beraten. Von einer Volksbank, Reifeisenbank, Spar- und Darlehenskasse oder einem Außendienstmitarbeiter. Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können Sie bauen.